Diese Folge wird euch präsentiert von Levi's. Ganz viel Spaß! Welcome to my G-Spot Hi Leute, ich bin Stefanie Giesinger und ich bin wie immer mit euch hier in meinem G-Spot. Also an meinem allerliebsten Ort auf der ganzen Welt, denn hier möchte ich mit euch über alles Mögliche sprechen, was mich und hoffentlich auch euch interessiert. Das sind Themen wie Sex, Feminismus, Freundinnenschaften und so weiter. Ich möchte hier vor allem Tabus brechen und das tue ich nicht alleine, sondern mit unterschiedlichen Gästinnen. Mit denen bespreche ich die unterschiedlichen Themen. Das sind unter anderem Freundinnen, Expertinnen, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Also alles Leute, die mich inspirieren und die ich auch mit dem Thema assoziiere. Mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen. Und jetzt fange ich wie immer an mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Treibe ich zu viel Sport? Esse ich zu viel? Arbeite ich zu viel? Habe ich zu viele Menschen in meinem Leben, die ich Freundinnen nenne? Ich frage mich, ab wann ist viel zu viel? Ab wann bin ich exzessiv? Oder denke ich darüber einfach viel zu viel nach? Aufgrund meiner Prägung als Frau erwarte ich von mir extreme Kontrolle über mich, meinen Körper, mein Verhalten und meine Wirkung nach außen. Mich davon zu befreien, fällt mir häufig schwer, denn die Angst ist einfach groß, in Stereotypen und Schubladen zu landen. Ich möchte nicht auffallen, eigentlich sichtbar unsichtbar sein. Ich fange an, mehr Raum einzunehmen, mir meinen Platz auch in der Öffentlichkeit für mich selbst zu verdienen, unter anderem durch diesen Podcast und frage mich immer wieder, bin ich jetzt zu viel? Als ich 2016 alleine nach Berlin zog, war ich überfordert von den Möglichkeiten, die hier lauern. Wo finde ich in all dem Gewusel meine Zugehörigkeit? Mit wem vergleiche und messe ich mich? In einer Stadt wie dieser gibt es alles und zwar haufenweise. Jeden Tag Party machen? Kein Problem. Jeden Tag ein anderes Restaurant, ein anderes Event, irgendein anderer Spaß? Alles kein Problem. Wo sind meine Grenzen an einem Ort ohne Grenzen? Viele verlieren sich, wo alles nach Freiheit schreit und andere finden sich. Heute spreche ich mit einer gebürtigen Berlinerin über ihren Werdegang und ob sie auch schon das Gefühl hatte, sich im Exzess zu verlieren. Sie ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands, hat schon in mehr als 40 Produktionen mitgespielt und ist für Rollen bekannt, die laut sind, die nicht klein beigeben und die auf die Fresse hauen und sich durchsetzen. Sie wechseln Berlin-Kreuzberg auf, wohnt hier auch immer noch und liebt die Stadt in all ihren verrückten Facetten. Wie navigiert sie die Filmlandschaft mit all ihren Exzessen, mit ihrem Glamour, mit ihren Abgründen? Wie geht sie mit den Klischees der Berlinerin um? Und wie oft wird sie für die Person gehalten, die sie im Film verkörpert? Darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Willkommen, Jella Hase. Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Cool. Wie geht's dir? Gestern hatte ich vorhin den schlechten Tag, war ich irgendwie so moody. Aber eigentlich, eigentlich gut. Und was machst du an solchen Tagen, wo du so moody bist? Ich habe gestern viel gearbeitet, trotzdem, das war gut. Aber als ich dann zu Hause angekommen bin, habe ich gemerkt, es war vielleicht ein bisschen viel. Also es knüpft, glaube ich, direkt gut an, dass ich gemerkt habe. Irgendwie bin ich, glaube ich, heute über so Grenzen gegangen. Und jetzt fühle ich mich, jetzt bin ich erschöpft. Ich bin erschöpft. Ich will gerade nichts, gar nichts. Ja, kann ich nachvollziehen. Jetzt sind wir ja auch schon bei deinem Privatleben, sag ich mal, bei dir selbst. Lass uns mal kurz über dein Aufwachsen sprechen. Du bist ja in Berlin aufgewachsen. Was würdest du sagen, hat dich die Stadt sehr geprägt? Und so in deinem Sein? Ja, ich glaube schon. Ich glaube total. Also als erstes haben mich natürlich meine Eltern geprägt. Aber die sind wahrscheinlich auch durch Berlin geprägt. Also mein Vater kommt eigentlich ursprünglich aus Mülheim an der Ruhe, ist dann nach Berlin gekommen. Meine Mutter ist so eine waschechte Berlinerin, auch Oma und Opa aus Berlin. Berlin ist auch frech direkt, was man ja gerne so als Berliner Attribut auslegt. Aber die waren sehr frei. Also da bin ich sehr grenzenlos eigentlich aufgewachsen. Das ist meine Erinnerung. Es ist ja auch immer so, wer erzählt die Geschichte? Was stimmt, was stimmt nicht? Was habe ich vielleicht erzählt bekommen? Das weiß ich auch alles gar nicht so. Aber ich glaube schon, dass ich in einem sehr freien, sehr liebenden, liberalen Umfeld groß geworden bin. Und als es dann so losging, dass ich so die Stadt entdeckt habe mit Freundinnen und losgezogen bin, da wollten meine Eltern mir auf einmal Grenzen setzen. Und da habe ich gedacht, nee, also jetzt mit 16 braucht ihr damit auch nicht mehr anfangen. Und da sind wir dann aneinander geraten, weil ich Berlin, ja, ich habe es geliebt. Also es war wirklich, wie du vorhin schon beschrieben hast, es ist eine grenzenlose Stadt. Man kann sich so reinwerfen und wir haben, wir sind, ja, waren viele unterwegs. Es war toll, wir haben uns so Räume erobert. Das war nicht mehr so, dass Berlin der 90er, dafür sind wir ja einfach zu jung. Aber trotzdem ging es viel darum, wo wollen wir sein? Was erobern wir uns für Räume, die noch nicht erobert worden sind? Also es war, glaube ich, genauso auch die Zeit. Ich glaube, es wird immer, immer schwieriger in Berlin durch die ganzen Investoren. Und auch etablierte Clubs sind immer mehr am Strugglen. Die Mieten werden einfach unfassbar teuer. Man kennt es ja, in Kreuzberg kann man sowieso vergessen, eine Wohnung zu finden. So die Problematik, die ich wirklich auch sehr bedenklich finde. Und ich glaube, wir waren dann, in meiner Jugend war ich genau in so einer Zwischenzeit. So nach den 90ern, Anfang der 2010er, das war irgendwie noch, immer noch im Umbruch. Jetzt ist es, glaube ich, schon schwieriger. Verstehe ich. Ich habe mich immer gefragt, weil ich komme aus einer kleinen Stadt, aus Kaiserslautern, wie es wohl ist, in der Hauptstadt aufzuwachsen und eben in der Stadt, wo ich das Gefühl habe, ich bin teilweise super überfordert von all den Möglichkeiten, hattest du eine super wilde Teenager-Zeit? Weil wirklich bei uns gab es so drei Diskotheken und da waren dann alle. Und das Wildeste, was dort passiert ist, ist so, man hat sich übergeben von Alkohol. Ja. Ja, wie war da deine Jugend? Ja, auf jeden Fall wilder als vielleicht in Kaiserslautern. Wobei ich glaube, es ist natürlich nicht immer nur an den Ort geknüpft. Es kommt, glaube ich, schon auch auf die eigene Veranlagung an und was man so sucht und braucht, aber natürlich auch, was man findet. Daher ist, in Berlin findet man schon ziemlich viel. Ich glaube, ja, doch, ich war schon viel unterwegs, kann man schon so sagen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube aber auch, dass das schon war so ein Selbstfindungsprozess. Wer will man sein auch in einer Welt, die so vorgeschrieben ist? Also vielleicht so Präpubertät oder so Postpubertät. Ich weiß nicht, man ist nicht mehr so richtig klein, man ist aber auch noch nicht richtig groß und man fragt sich, was soll ich hier in diesem Leben, in dem alles schon vorgefertigt ist? Warum soll ich Gedanken denken, die schon von allen gedacht worden sind und vor allem arbeiten, bis ich nicht mehr kann und irgendwann Tod umfalle? Ich glaube, dass unsere Form von weggehend schon, ja, war irgendwie schon so eine, ja, Rebellion, weiß ich nicht, aber so irgendwie eine Antwort oder ein Suchen auf bestehende Verhältnisse, in die man sich nicht einfach einfügen wollte. Hast du voll schön gesagt. Könntest du sagen, was das Verrückteste war, was du als Teenager so gemacht hast? Oh, ich glaube, verrückt, ich habe einfach eine unfassbar tolle Freundesgruppe um mich herum gehabt und wir waren so wie ein Körper. Ich dachte, ich kann nur meine Freunde nicht leben. Ich habe so meine ersten Filme gedreht und dann, also ich weiß es noch, bei Lollipop Monster, mein erster Kinofilm, da haben wir in Köln gedreht und ich konnte abends nicht mehr nach Berlin und ich wusste, es ist eine Party und ich war am Boden zerstört. Ich konnte das überhaupt nicht als Privileg annehmen, dass ich drehe, sondern ich war einfach nur so, ich will zu meinen Freunden. Und meine Mutter hat auch immer gesagt, also das fand ich nämlich interessant, was du vorhin auch gesagt hast, habe ich zu viele Freundinnen, dieses Exzessive, dass ich schon als Kind, sie übertreibt natürlich, aber dass ich schon als Kind mit zehn Leuten im Schlepptau immer angekommen bin und dass man mich nie alleine hatte. Also ich habe mich auch immer sehr früh schon verabredet, schon vor meiner Jugend in Berlin, habe ich in einem Ostseeurlaub in der Grundschule Mädchen kennengelernt habe und mich mit denen angefreundet habe, bin ich auch dann, haben meine Eltern mich in den Zug gesetzt, also haben natürlich gecheckt davor, ob es sicher ist und so, aber dann bin ich halt nach Mecklenburg-Vorpommern zu einem Mädchen gefahren, die ich an der Ostsee kennengelernt habe und habe da übernachtet. Also ich habe immer so, ja eigentlich so random Freunde gehabt. Und das war dir dann auch so wichtig, einfach so deine Menschen um dich herum zu haben? Ja, extrem, extrem. Bis heute. Bis heute brauche ich das total, dass ich meine Liebsten um mich herum habe. Ich glaube, mir geht es auch nur dann richtig gut und auch in einem Arbeitskontext, dass ich mittlerweile, dir geht es da ja, glaube ich, ähnlich, dass man so, ja, sein Nest hat an Leuten, die man braucht. Und ich weiß aber auch, was ich brauche und wie Leute sich mir gegenüber verhalten müssen, damit ich am besten sein kann und zur Bestform auflaufen kann. Das kann ich mittlerweile auch einfordern. Also das war wichtig. Und dieser Prozess, dass man, womit ich schon oft hadere, ist, dass ich was merke und das noch nicht richtig formulieren kann, was mich stört. Und ich glaube, da wachse ich aber so rein, oder? Kennst du das jetzt? Man oft merkt, ich fühle mich nicht wohl in der Situation, aber ich kann es noch nicht richtig beschreiben. Und dann erst zwei Tage später weiß, scheiße, das war es. Und das hätte man einfach mal so benennen sollen. Genau, aber bei mir ist es manchmal gar nicht die Benennung, die mir fehlt, sondern ich weiß gar nicht, was mir fehlt. Also ich kann manchmal gar nicht so richtig in mich reinfühlen, weil ich meine eigenen Grenzen teilweise nicht kenne. Und ich glaube, das liegt stark daran, dass wir Frauen sind in dieser Gesellschaft und uns wird eben beigebracht, die Grenzen nicht zu respektieren beziehungsweise sie zu ignorieren, immer schlanker zu werden, sich in irgendwas reinzuquetschen, wo man gar nicht reinpasst und sich auch wirklich unsichtbar machen. Und dementsprechend glaube ich, dass Grenzen so verwässern. Und ich glaube, dass Exzess darauf schon auch eine Antwort ist, glaube ich. Und ich glaube auch, dass dieses extreme Weggehen in der Jugend oder bis heute schon auch aus einem Wunsch resultiert, diese Grenzen zu sprengen. Also so erkläre ich mir das oft, warum da auch so eine große Liebe. Ich meine, ich glaube schon, dass ich viel vernünftiger geworden bin. Aber trotzdem habe ich manchmal den Hang dazu einfach, oder das kennt man ja so, dass man so alles einmal loslassen will. Und das kann dann, das kann sich in allen möglichen exzessiven Formen äußern. Ich finde auch, also so Exzess ist ja auch, wie formuliert man das? Es gibt so viele Arten. Es gibt so, wenn ich an Exzess denke, denke ich auch so an, also erstmal natürlich an Feiern, aber auch an exzessives Handy konsumieren. Extrem. Extrem schlimm. Extrem schlimm. Da muss man auch mal drüber wirklich sprechen und reden, weil ich merke, wie meine Konzentration einfach so darunter leidet. und dieses obligatorische Suchten, einfach irgendwas zu konsumieren. Voll. Ich habe auch Leute um mich herum, die zu viel daten, also wirklich exzessiv daten oder exzessiv Sport betreiben. Also man kann ja wirklich überall einen Exzess finden. Ja, oder auch exzessiv arbeiten. Das habe ich auch gemerkt, weil das wird dann einem erstmal so als gut und fleißig ausgelegt. Aber wie du sagst, seine eigenen Grenzen zu erkennen, ist extrem wichtig. Und dann gibt es natürlich auch so Gewaltexzesse, wobei ich Exzess gar nicht damit so in Verbindung bringe. Ich glaube, weil Gewalt in meinem Leben einfach nicht so eine Rolle spielt. Zum Glück. Ja, zum Glück. Das ist so medial. Gibt es auch. Aber was ich interessant finde, ich habe nämlich nochmal darüber nachgedacht, dass dieser Wunsch nach Exzess, also dass es so was Ursprüngliches ist und ja schon bei den Griechen damals zu Ehren des Dionysos, die dionysischen Festspiele, die gab es. Und daraus ist eigentlich Theater, wie wir es heute kennen, entstanden. Also daraus ist dann die Tragödie und die Komödie entstanden. Und das ist eigentlich institutionalisierter Exzess. Und wenn ich das so denke, also finde ich das einfach interessant, dass Menschen den Hang schon immer dazu hatten, irgendwie eine Grenzüberschreitung zu betreiben. Und dass daraus aber etwas Kreatives entstehen kann. Kann ich mir gut vorstellen. Stimmt. Also ich glaube auch, dass Grenzen einen kreativ auch eher einschränken können. Definitiv. Wie waren deine Zwanziger eigentlich so und wie blickst du auf deine Dreißiger? Oh, ey. Finde ich voll die schwierige Frage. Ich würde das voll gerne auch an dich zurückgeben, weil meine Zwanziger, I don't know, was habe ich da eigentlich gemacht? Das ist für mich extrem so. Es gibt so eine Zeitspanne in meinem Leben. Ich glaube so 2010 bis 2020. Wo war ich da? Ich musste jetzt letztens für ein Album, meine Mama war in einem Geburtsvorbereitungskurs und ist mit all ihren Freundinnen bis heute befreundet. Und wir Kinder sind untereinander befreundet. Das ist total schön. Und wir sind aber zeitgleich jetzt alle 30 geworden. Und dann mussten wir so einen Zeitstrahl. Wir sollten aus jedem Jahr ein Foto machen. Und ich war so, oh mein Gott, das war so schwierig. 2011, 12, 13, 14, 15. Ich kann mich daran schwer erinnern. Ich musste mich wirklich so hinsetzen und so ein Zeitspanne, wie du das gerade gesagt hast. Oh, shit. Nee, weil mir eingefallen ist, 2013, 2014 hattest du ja eigentlich so deinen großen Durchbruch und dass du dich so schwer daran erinnern kannst, heißt ja eigentlich nur, dass du so in einem Tunnel gelebt hast. Ja, voll. Und ich habe das dann auch wirklich daran festgemacht, was waren die Filme. Und daran konnte ich mich orientieren. Das war total krass. Aber ich glaube, mein Leben war zu der Zeit einfach so, das klingt so blöd, aber wie so ein Rausch. Doch, schon. Habe ich auch. Und jetzt, wo du das sagst, ich mache meine Erinnerungen auch primär an Bildern und an Jobs fest. Es ist kaum mein privates Leben. Aber ich definiere mich leider auch sehr durch meinen Job. Also das kann ich von meinem Selbstwert gar nicht mehr so richtig trennen. Und wenn ich mal eine Woche frei habe und nichts mache, fühle ich mich echt schon so ein bisschen wie so ein Nichtsnutz. Und freue mich auch wieder, wenn es losgeht, weil dann habe ich eine Aufgabe auf dieser Welt. Es ist voll traurig. Ich kann das zu 100 Prozent verstehen. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Angst, dass man sich selber aushalten muss und das nicht so richtig will. Kenne ich von mir, sobald ich einen freien Tag habe, ist es wirklich fast ein bisschen krankhaft, dass ich den sofort zuballere mit Verabredungen. Mit Termin, ach so, ah nee, dann mache ich Nägel, blablabla, Sport. Tausend Sachen. Und ich bin wirklich, gerade ist es so mein Thema, dass ich merke, ich stresse mich so extrem selber. Dieser ganze Stress, den ich empfinde, der ist natürlich dadurch, dass ich auch exzessiv arbeite und dass ich meine Arbeit liebe über alles. Und dass ich extrem glücklich bin und gesegnet, was ich für tolle Projekte machen darf. Aber es ist auch ganz schön viel Freizeitstress, den ich mir selber aufnehme. Ich nehme mir auch zu wenig Zeit für die Sachen. Ich will dann alles am liebsten auf einmal gleichzeitig, alle Freunde sehen, alles Sport machen, alles Mögliche. Und es ist einfach Stress. Und ich würde total gerne da hinkommen, wirklich mal Tage zu haben, an denen ich mir nichts vornehme. Und ich bin aber genauso, dass wir dann denken so, hä, wir müssen doch jetzt funktionieren. Irgendwie. Ich muss doch jetzt auch was leisten oder vor allem keine Zeit verschwenden. Es ist doch so wenig Zeit. Stimmt. Und das ist aber, das ist, glaube ich, gesellschaftlich auch gemacht. Das ist nicht so gesund. Auf jeden Fall ist es ein Konstrukt auch, was eigentlich dem Kapitalismus eher hilft. Aber was mir total hilft, ist verreisen, alleine. Irgendwo sein, wo ich keine Verabredungen machen kann. Kannst du das? Ja, das fühlt sich ganz gut an, muss ich sagen. Und was war deine letzte Reise? Wohin? Ich war nicht jetzt Ibiza, aber ich war nicht komplett alleine tatsächlich. Es war ein Bekanntenkreis, Freundinnenkreis. Und ich habe dann immer wieder über den Tag mein eigenes Ding gemacht, war am Strand alleine, habe da gechillt. Und dann am Abend sind wir zusammen essen gegangen. Und das hat sich richtig gut angefühlt. Ja. Aber ich habe tatsächlich auch so ein bisschen weitergelesen, weitergearbeitet. So gar nichts zu machen, fühlt sich dann doch sehr verkehrt an. Aber ich konnte wenigstens keine richtigen Verabredungen machen. Aber warum ist das so? Warum fühlt sich das verkehrt an? Ja, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben, glaube ich. Oder? Und wir sind natürlich auch in unseren Berufen schon seit einem ziemlich jungen Alter. Das ist von unserer Persönlichkeit vielleicht gar nicht mehr zu trennen. Ja, und ich glaube auch, dass man sich auch schon, also ich frage mich immer, langweile ich mich vielleicht auch mit mir selber? Was brauche ich eigentlich? Und es ist ja auch gar nicht schlimm. Vielleicht langweile ich mich einfach schnell und brauche deshalb was zu tun. Das ist auch okay. Aber, also ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich auch viel drüber nachdenke, wo ich jetzt auch gar nicht auf die Schnelle alles weiß. Kann ich gar nicht beantworten. Aber es wirft auf jeden Fall viele Fragen auf. Könntest du eigentlich auch woanders leben, außer in Berlin? Ich glaube, es ist langsam mal an der Zeit. Ja, weil ich, also ich habe, ich bin ja eh immer viel weg durchs Drehen. Also ich bin ja zum Beispiel ab September auch wieder in Griechenland und da drehen wir voll cool. Es war zwei Monate, darauf freue ich mich voll. Und deshalb hatte ich aber nie das Bedürfnis, richtig wegzugehen. Und jetzt, dann war ich letztens in London und habe da auch an einem Projekt gearbeitet. Und es hat mir so geholfen, mal wieder über den Tellerrand zu gucken und auf Deutschland zu gucken und auf die Deutschen im Allgemeinen, wie sehr steif hier oft alles ist und wie ernst man genommen werden will. Und vor allem dachte ich auch so, in England und auch in Amerika, als Entertainer kann man alles sein. Man kann Comedian sein, Schauspieler sein, Model sein, weiß ich nicht was. Und in Deutschland, also wenn du Comedian bist, dann kannst du schon mal keine ernsten Filme machen. Und Arthouse, bitte Arthouse und Commerz, bitte Commerz. Es wird so krass getrennt. Und ich kenne das ja auch von mir, dass ich eine extreme, ja extreme Angst davor habe, nicht sehr klug oder eloquent rüberzukommen. Und dann war ich in England und habe so gemerkt, das ist so uneitel hier, es ist so angenehm. Die Briten würden eher so sagen, ja, also der dümmste Braut bin auf jeden Fall ich. Aber mit so einem guten Humor. Und da habe ich wieder gemerkt, ach nee, es ist gut, auch mal aus der Komfortzone rauszugehen. Und ich glaube, das wäre für mich auch für meine Entwicklung gut, einmal Berlin auch hinter mir zu lassen. Aber nur halb. Aber nur halb. Ja, es fühlt sich wirklich an wie ein Riesenschritt wahrscheinlich, weil das dein Nest ist. Ja, voll. Und deine ganzen Freundinnen da sind, deine Familie da ist. Und das Coole ist, du hast hier wahrscheinlich auch immer ein Zuhause, wahrscheinlich mehrere Zuhause. Total, total. Ja, voll. Aber ich glaube, ja, ich beneide schon meine Freundinnen auch darum, die so einfach auch mal woanders studiert haben. Also ich beneide sie positiv und dass ich das toll finde. Und ich glaube, dass das für so eine Entwicklung, alleine irgendwo hinzugehen, schon wichtig ist. Also wie ging es dir? Du bist alleine hier hingekommen, hast du erzählt. Ich glaube, für meine Entwicklung war das auch essentiell. Ich glaube, das ging aber auch nicht anders. Weil nach Germany's Next Topmodel wurde ich total viel erkannt dann in Kaiserslautern. Und ich weiß nicht, so vor der Haustür von meinen Eltern standen die ganze Zeit jüngere Menschen und auch ältere Menschen in Autos. Es war total weird. Und in Berlin gibt es eben eine Art von Anonymität, in der ich mich auch verlieren kann und eine normale Person sein kann. Ich vergesse eigentlich auch, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, während ich hier lebe. In kleineren Städten ist das nicht möglich. Also wenn ich umziehe, was ich jetzt auch so ein bisschen verspüre, ich wäre gerne irgendwo am Meer, in der Sonne, da geht es mir einfach am besten. Und ja, Berlin ist irgendwie so vielleicht bald vorbei für mich als Phase. Aber es fühlt sich auch falsch an. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall eine tolle Stadt. Und du hast ja auch relativ früh mit dem Schauspielen angefangen als Teenagerin, nicht wahr? Was hat dich dazu bewegt? Ich wollte das schon immer. Es war für mich irgendwie klar, dass ich irgendwie spielen muss. Und dann habe ich, die Geschichte habe ich auch schon tausendmal erzählt, dass ich so Harry Potter geguckt habe und so dachte, hä, Hermine, warum bin das nicht ich? Und warum hat sie eine deutsche Stimme? Und warum ist das nicht meine Stimme? Ja. Und dann habe ich erst mal Theater gespielt und dann habe ich, glaube ich, mit 15 mich in einer Agentur vorgestellt mit einer Freundin. Die hat das damals, ich wusste nicht, dass es Agenturen oder sowas gibt. Und die hat damals gesagt, komm, das machen wir. Und dann sind wir zu der Agentur zum Casting gegangen und dann hat es geklappt. Und dann habe ich da angefangen zu drehen. Und deine Eltern haben dich da auch vollkommen supportet, standen hinter dir? Ja, die haben gesagt, kannst du alles machen, aber mach Abitur. Wollte ich gerade sagen, konntest du denn normal noch zur Schule gehen? Voll, voll, voll. Das war auch noch vor den großen Bekanntenfilmen. Und ich glaube auch, es war super gut, dass ich aus dem Größten raus war. Also keine Kinderdarstellerin. Ich glaube, das ist wirklich richtig, richtig schwierig. Kinder können so brutal sein. Untereinander Kinder? Ja, so Mobbing-mäßig und so. Stimmt. Und auch Jugendliche. Also ich kenne viele Kolleginnen, die richtig Probleme damit hatten, die Jungen gedreht haben und auf der Schule wirklich, wo das schlimm war. Und das hatte ich zum Glück nicht. Ich glaube aber, dass ich auch, mein Wesen ist so, ich habe halt nie ein Ding draus gemacht, dass ich drehe. Also ich habe anderen Fußball gespielt, ich bin zum Dreh gegangen und ich habe da, glaube ich, nicht so mit angegeben oder so. Ich habe keinen Grund gegeben, neidisch zu sein vielleicht. Wie waren deine ersten Erfahrungen am Set? Voll gut. Also ich bin wirklich extrem glücklich. Ich hatte meistens oder eigentlich fast immer Glück mit den Menschen. Und wurde sofort auch aufgenommen und auch ebenbürtig behandelt. Also einer meiner ersten Filme war auch mit Senta Berger und Anja Kling und das sind so tolle, etablierte, talentierte Schauspielerinnen in Deutschland. Senta Berger ist ja wirklich eine Ikone und die hat mich von Anfang an so aufgenommen und gut behandelt und ebenbürtig. Ich glaube, das ist es, was mich immer ernst genommen gefühlt. Und dann hatte ich auch einfach sehr viele tolle und interessante Rollen von Anfang an, aber es hat mich auch interessiert. Die kommen dann zu mir. Ich habe das Gefühl, die suchen mich so ein bisschen. Und dann, ich weiß es eigentlich relativ schnell, mein Bauchgefühl, wenn ich was lese, ob das gut ist oder nicht. Oder ob ich es machen würde oder nicht. Manchmal weiß ich es auch nicht ganz genau und dann dauert es, aber meistens bin ich on fire, wenn es was ist. Was liebst du daran, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen? Ja, das ist eine gute Frage. Es macht mir einfach so unfassbar viel Spaß, expressiv zu sein und sich so Sachen auszudenken. Und ich glaube auch durch meine Theatererfahrung, ich habe zwei Jahre an der Volksbühne gespielt und danach habe ich Cleo gedreht. Und da konnte ich so viel mitnehmen. So auch, ich glaube schon, dass ich auch eine relativ uneidle Person bin im Spielen, dass man einfach so Sachen ausprobiert. Auch auf die Gefahr, dass Leute sagen, ah ja, das ist ein bisschen weh, aber nichts weniger. Egal, scheiß drauf. In Theater probt man halt. Und meistens fängt man wirklich wo an und endet am Ende des Stücks ganz woanders in so einer Probenzeit und verwirft tausend Sachen. Und man ist aber so, man kann einfach die Fantasie dahinter, glaube ich, einfach, dass man sich Sachen ausdenkt und das spielt. Und auch in den Figuren so viel erlebt. Also ich habe schon eine sehr persönliche Beziehung zu meinen Figuren. Ich liebe die, ich trage die mit und ich lerne von denen. Ich habe das aber auch mit Büchern so, dass ich, wenn ich Romanfiguren liebe, dann lebe ich die irgendwie auch. Dann wachsen die in mir weiter, die begleiten mich. Ich denke da manchmal einfach so von jetzt auf gleich, was würde es das ja jetzt sagen? Oder so, also aus das achte Leben von Nino Haradschwili. Das war so eines der Bücher, wo ich einfach dahingeschmolzen bin und die Figuren so weiter in mir leben. Und wie findest du da einen Balance, wenn du eine Zeit lang wirklich diese eine Rolle spielst und bewirbst? Das wird ja ein Teil von dir, wie du es gerade erzählst. Wie findest du dann wieder zu dir? Ich glaube, das ist etwas, was extrem wichtig ist und was man, habe ich gestern gerade wieder bei einer Probe gemerkt, weil wir für ein sehr intensives Projekt proben und meine Kollegin das dann mit in die Träume genommen hat. und einen ganz schlimmen Albtraum hatte. Und ja, wenn man sich mit so intensiven Themen auseinandersetzt in den Figuren, dann ist man wie so ein Medium und alles fließt so in einen rein. Und ich glaube, dass man am Ende eines Tages einfach so Rituale braucht, um man selber wieder zu werden. Also ich liebe es, wenn ich dann abgeschminkt werde. Es ist auch richtig ein Ritual, dass ich möchte, dass meine MaskenbildnerInnen mich putzen. Dich säubert, dich wieder reinwäscht. So eine Kleopatra. Mit Milch. Nein, ich liebe es einfach. Es hat auch so etwas Wertschätzung, so Wertvolles, wenn man einfach so mit so einem heißen Handtuch ist es einfach nur. Für mich ist es wie so Abputzen, weil alles vom Tag ist einfach so. Erstmal wäscht man sich das so ab. Und dann optimalerweise macht man auch ein bisschen Sport am Abend, dass man einfach den Kopf wieder frei kriegt. Aber schafft man natürlich nicht immer. Und ich als Jella erzähle hier wieder von meinem Lieblingshobby, was ich brauche einmal im Jahr. Und das ist das Fastenwandern. Und wenn ich eine richtig intensive Zeit hatte, exzessiv vielleicht auch, auf einen Arbeitsaufwand und auch auf ein exzessives Erleben in den Figuren, dann ist das manchmal so, dass ich, oder nach Cleo war das so, dass ich gemerkt habe im Februar, und wir haben bis November gedreht, und ich habe im Februar immer noch gemerkt, also irgendwie, ich spüre so viel in mir und ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist ein Echo von den Gefühlen, die ich in der Figur erlebt habe. Und das ist, das gehört zu mir, aber irgendwie muss ich das auch jetzt wieder loswerden, weil es ist abgeschlossen. Und dann gehe ich Fastenwandern. Was ist das? Fastenwandern ist eine Form vom Fasten nach Bochinger. Und beim Fasten reinigt man ja den Körper, man entgiftet einmal komplett, man reinigt auch den Darm. Es geht darum, wirklich wieder sich einmal zu resetten, einmal auf Null zu gehen. Man kann mit Fastenkrankheiten heilen. Also Fasten ist ja eine jahrhundertealte Kultur und auch viele rheumatische Erkrankungen werden so in Fastenkliniken behandelt. Und ich nutze es aber immer wie so ein Seelenfasten und so ein Körperfasten, dass ich einmal allen emotionalen und körperlichen Ballast so gehen lassen kann. Und es gibt die Fastenwanderzentrale, das ist eine Seite. Und da kann man gucken, jede Woche irgendwo in Deutschland gibt es einen Kurs Fastenwandern im Allgäu, Fastenwandern im Schwarzwald, in Brandenburg, weiß ich nicht was. Und dann fährt man da hin und man kennt die Leute nicht. Man sucht sich halt so eine Fastenleiterin oder einen Fastenleiter oder einen Kurs, der einem zusagt. Und da fastet man dann eine Woche. Geht jeden Tag spazieren, fünf bis zehn Kilometer und trinkt morgens Saft und abends eine Brühe und entleert dann auch seinen Darm. Und es ist für mich wirklich mein Allheilmittel. Das ist mega. Das hört richtig gut. Das geht eine Woche, sagst du? Man kann es fünf Tage machen, man kann es sieben Tage machen. Und ich habe das das erste Mal 2018 gemacht, wo richtig viel los war bei mir seelisch. Und ich aber auch sowieso, ich wollte auch gerne so ein bisschen entschlacken für eine Figur, schlanker sein. Und dann dachte ich so, ah ja, Fasten. Und erst mal habe ich das aus so einem äußerlichen Grund gemacht und habe dann aber gemerkt, wie viel eigentlich gerade bei mir los ist. Weil für mich ist Fasten wie so eine, man schält so die Seelenschalen ab und jeden Tag, indem man nicht abgelenkt ist durch tausend Sachen. Also man macht auch Handyfasten, man muss das Handy auch weglegen in einer perfekten Welt. Muss man natürlich nicht. Und dadurch, dass man nicht mehr so abgelenkt ist, setzt man sich wirklich so krass mit sich auseinander und man geht dann wandern. Und auf dem letzten Abschnitt läuft man meistens schweigend, so für zwei Stunden. Und dann merkt man so richtig, okay, drei Tage, und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass du so unterschiedliche Stadien durchläufst beim Fasten, weil der Körper eben so viele Prozesse durchmacht. Und nach dem dritten oder vierten Tag merkst du, ah okay, das ist eigentlich ganz tief in, darum geht es irgendwie eigentlich. Damit habe ich vielleicht immer noch ein Thema, was ich aber die ganze Zeit wegdrücke und das muss ich vielleicht mal behandeln. Und dann schreibt man eben auch, wenn man möchte, so Tagebuch beim Fasten und setzt sich einfach mit sich selbst auseinander. Und ich glaube, also man ist dann auch wirklich so im Zen und bei sich selber. Und wenn man auch merkt, wie wenig man eigentlich braucht und wie viel und wie ungesund man isst oder wie wenig und ungesund man isst. Also wie viel Verdauung auf unsere Psyche auswirkt. Also wie oft es mir schlecht geht, weil ich mich irgendwie auch schlecht ernähre und weil ich nicht richtig Acht auf mich gebe. Und wenn ich dann im Fasten war, habe ich das Gefühl so, jetzt bin ich wieder einmal bei Null angekommen. Hast du das Gefühl, du magst diese Extreme, so dieses alles oder nichts? Ja, wahrscheinlich schon. Weil ich bin auch so ein bisschen so, und das hört sich auf jeden Fall, weil ich höre dir zu und ich bin so, oh mein Gott, wo buche ich dann? Was buche ich da? Und dann dachte ich so, ja und davor würde ich wahrscheinlich richtig die Sau rauslassen. Und dann wieder eine Woche gar nichts und danach wieder die Sau rauslassen. So bin ich einfach, diese krassen Gegenpole. Ich habe das auch extrem, extrem. Und jetzt war ich aber gerade, ich habe gemerkt, dass irgendwann ist es einfach nicht mehr so nachhaltig. Und aus dem letzten Urlaub, in dem ich war, da war ich mit meiner Freundin Giesem, Emren, so im Detoxurlaub. Und da habe ich wirklich gemerkt, dieser Stress, den ich mir selber mache, I can't. Irgendwie ist es einfach, es macht mich zu müde. Ich will das nicht mehr und ich will so nicht mehr sein. Ich habe das auch extrem, aber ich versuche einfach ganz bewusst mir den Stress zu nehmen. Und zu sagen, nee, jetzt atme mal durch und es muss nicht alles immer gleichzeitig sein. Und auch so eine Verabredung am Tag reicht. Man kann das alles auch gar nicht. Vielleicht wird man auch älter. Vielleicht bin ich einfach nicht mehr so stressresistent. I don't know. Aber das Gute beim Fasten ist, dass man sich wirklich, man kann da schon Sachen für mitnehmen, die man in den Alltag integriert. Man muss es nur vielleicht, ja, probieren. Man kann auch, ja, es ist schwierig, eine Balance zu finden. Du hast auch gerade gesagt, du wolltest für eine Rolle entschlacken. Und ich denke immer so, okay, wir Models, wir haben es wahrscheinlich am härtesten mit dem Druck, den wir uns machen, mit dem Körper und was auch von uns verlangt wird. Aber was ich noch nie bedacht habe, ist natürlich, dass bei SchauspielerInnen das vielleicht sogar noch extremer ist, weil man nimmt eine Rolle an, die ist vielleicht, ja, kurviger. Dann hat man eine Rolle als nächstes, die super schlank ist. Das kann ja eigentlich auch nicht krass gesund sein, oder? Ähm, ja, wobei es eigentlich seltener ist, also so die Extreme sind eigentlich seltener. Und ich bin dann auch so, mir würde es voll Spaß machen, wenn ich denken würde, ah, jetzt muss ich jemand spielen, die, keine Ahnung, extrem durchtrainiert ist oder so. Das war so bei Cleo. Das war auch für mich wieder ein Extrem, wo ich voll Bock drauf hatte, was Spaß gemacht hat. Aber was natürlich ist, das ist ein, es gibt ein Körperideal. Das ist so und das, ähm, vor der Kamera, das wird einem auch in jungen Jahren gesagt, Kamera trägt auf. Du wirst automatisch, du siehst so drei Kilo mehr aus. Ja. Und, ähm, wenn man so auf die Bildfläche guckt, unsere Sehgewohnheiten sind geknüpft an sehr schlanke Frauen. Ja. Und das ist schon, das ist schon etwas, womit ich mich viel beschäftige und wo ich gemerkt habe, dass, da habe ich eben auch so eine innere Rebellion schon immer in mir gehabt, dass ich darauf keinen Bock so richtig hatte. Oder es vielleicht auch einfach nicht konnte, weil ich zu, zu sinnlich denke und bin und zu wenig Disziplin irgendwie habe. Ähm, naja, aber ich weiß es nicht, es ist so, es ist, äh, der Druck, der ist extrem, extrem da. Und ich versuche aber schon auch, ehrlich gesagt, mit meinen Rollen auch was anderes zu vermitteln oder so, wie ich bin. Ich habe schon, ich denke da schon viel drüber nach, was gebe ich jungen Mädchen mit und habe auch das Gefühl, dass ich jetzt nicht unbedingt für so ein gängiges Ideal stehe oder hoffe ich zumindest, sondern irgendwie für was eigenständiges, freies. Also, ich finde das, mich macht das extrem traurig, dass es auch so ein unnatürliches Ideal gibt, dem man so nacheifert. Und dann habe ich auch irgendwann, Stefanie hat es mir so Klick gemacht in der letzten Zeit, dass ich dachte, wie lange will ich noch damit beschäftigt sein, jemand anders sein zu wollen oder anders aussehen zu wollen oder dünner zu sein. Ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Also, es ist so viel Lebenszeit verschwendet. Und warum tun wir uns das an? Wie, wenn man mal ehrlich ist, wie viel Zeit verbringt man damit am Tag, zu denken, dass man irgendwie gerne anders aussehen würde oder anders wäre? Und das ist so ein Prozess zu merken, ich bin einfach auch so, wie ich bin. Und natürlich, ich kann mich auch, ich muss mich wohlfühlen, darum geht es. Und ich muss gesund sein, darum geht es. Aber das ist echt ein Thema. Ich finde es aber gut, dass man anfängt, darüber zu reden und zu sprechen und Erfahrungen auszutauschen. Kann ich nachempfinden. Und ich habe genau die gleiche Phase, gerade, dass ich so denke, hey, ich bin so, wie ich bin und ich bin gut so, aber ich muss mich fast jeden Tag daran erinnern, weil ich habe diese Stimme in meinem Kopf, die mir eben auch sagt, ich sollte schlanker sein, ich sollte sportlicher sein, ich sollte besser sein, in allen Anliegen. Und als du das gerade gesagt hast mit dieser, auf der Kamera trägt das auf. Ich kann mich daran erinnern, bei mir fing das ja so mit 16, 17 an mit Germany's Next Topmodel. Unter uns Mädels haben wir dann immer wieder besprochen, so, oh ja, man sieht ja in der Kamera noch dicker aus, wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht so viel essen. Und dann wurde auch von uns verlangt, dass wir immer schlanker werden. Und das hat mich bestimmt auch so krass geprägt, dass ich, wenn ich was anziehe, mir erstmal denke, trägt das jetzt auf oder sehe ich schlanker aus. Das ist so eklig. Ich hasse es, aber wie werde ich das los? Es ist für einen Fall schlimm, weil so die ganzen Klamotten, und da setzt ja das Problem an, die sind halt für einen Körpertyp gemacht. Und ich habe das zum Beispiel voll oft so, dass ich, die sehen einfach an mir nicht gut aus. Ich hätte voll gerne so die Anziehsachen, aber ich bin halt so, ich habe irgendwie einen Busen und eine Hüfte und dann fallen die Klamotten anders. Und das ist aber dann auch, ja, das ist schwierig, weil um auch in Klamotten reinzupassen, muss man dieses Ideal haben. Außer man setzt sich halt sehr damit auseinander, was halt gut an einem aussieht und was nicht. Man muss es halt wahrscheinlich lernen und das dann irgendwie so einfordern, aber ich weiß es auch nicht. Es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Ich merke aber, eigentlich habe ich das, glaube ich, schon in mir. Ich glaube, wir haben das alle auch in uns, dass wir, wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es schon auch einfach eine Seite an uns, in der wir uns einfach wohlfühlen. Und der mehr Platz zu geben oder mit Leuten uns zu umgeben, die die auch sehen, die Seite und die die heraufbefördern. Ich habe Leonie Krippendorf, mit der ich jetzt gerade meinen neuen Film drehe, da geht es auch ganz viel um Körper und um was ist eigentlich ein Körper und was sind wir gewohnt zu sehen von einem Körper. Also es ist ein ganz spannendes Thema. Und Leonie hat mir immer schon so beigebracht, ich habe den ersten Film 2015, glaube ich, mit ihr gedreht, Looping über drei Frauen in der Psychiatrie, die sich ineinander verlieben. Und sie hat mich schon immer so als Frau so geliebt und mir so gezeigt und gesagt, du bist wunderschön und nie in diesem Ideal, sondern immer meine Kreativität so wachgeküsst, indem sie so toll war. Ich kann das gerade gar nicht so richtig gut beschreiben. Doch, das beschreibst du so schön, wirklich die Worte, die du wählst. Ich bin so, okay, wow, die Kreativität, wachgeküsst. Ich bin so, unnoted. Das ist jetzt auch in meinem Wort gebraucht. Ja, das ist schön. Aber das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns mit Menschen umgeben, die das Beste in uns sehen und das Gute in uns sehen und einfach wollen, dass wir uns wohlfühlen. Und ich glaube aber auch, das zurückzugeben und das auszustrahlen. 2011 kommen mehrere Filme von dir raus. In Die Kriegerin spielst du die Neonazi-Teenagerin Svenja. Und in Lollipop-Monster, was du ja auch schon erwähnt hast, spielst du Ariane, die auch im Zentrum von viel Gewalt steht. Und du bekommst dafür diesen Bayerischen Filmpreis. Wie bist du überhaupt zu diesen Rollen gekommen? Was hat dich an diesen Rollen fasziniert? Ja, gute Frage. Also es gibt, ja, Casterinnen und Caster in Deutschland. Und die fragen dann, glaube ich, bei den Agenturen an oder Agentinnen können einen auch vorschlagen für Rollen. Und so wurde ich zu Castings eingeladen. Man geht zu Castings, das kennst du ja wahrscheinlich auch, und spricht vor für die Rollen. Und bei den Rollen war das so, dass das da Klick gemacht hat, dass ich was mitgebracht habe, was David Vlenn wahrscheinlich, ich weiß noch, mit David Vlenn, das Castings, für Kriegerin damals, das war in einem Auto. Also es war so ganz unkonventionell. Und er hat mich, glaube ich, so angespielt, ach, das ist völlig egal, das ist voll das Random Fact gerade. Und bei Lollipop Monster, ja, das war mein großes Glück, dass ich etwas mitgebracht habe und dass es aber Leute gab, die das zu dem Zeitpunkt in mir gesehen haben. Wenn jemand noch unbekannt ist, dann zu glauben, dass da was ist und das zu Tage zu befördern. Und ich glaube, aber maßgeblich daran ist natürlich auch meine bis heute liebste Agentin, Silvana Liebig, beteiligt, weil sie mich einfach damals als junges Mädchen gesehen hat und sagte mal, ich bin durch die Tür gekommen und sie hat das gesehen. Ich kam mit so einem Easy Rider T-Shirt, mit ganz vielen Ring und so Schmuck, so hippiemäßig lange Haare im Kreuzweg durch die Tür und sie dachte so, ja, da hat sie das gespürt. Und dann muss man Castings machen, dann muss man durch diesen Prozess, ich weiß noch, die ersten Castings waren auch Horror und dann so, ja, erzähl mal was über dich. Meine Hobbys sind Lesen, so, hä, was, keine Ahnung, total unsicher gefühlt und man guckt so und denkt so, wow, das ist total krass. Und ich war auch so, ich hatte keine Ahnung von gar nichts und dann auch mit so Leuten gespielt, so ganz großen deutschen SchauspielerInnen, wusste gar nicht, wer das ist. Und das hat mich, glaube ich, aber vielleicht auch ein bisschen geschützt, dass ich nicht zu viel, zu viel Ehrgeiz oder zu viel, ich war sehr, ich bin da einfach dann reingejumpt und hab das gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Du hast ja auch keine klassische Schauspielausbildung. Gibt es da dann auch Vorurteile in der Schauspielbranche? Ja, wobei ich glaube, naja, Vorurteile, ich glaube, die sind vor allem in einem selbst, dass man so denkt, ich wollte dann unbedingt ans Theater als Sehnsuchtsort und auch, weil ich dachte, das kann ich nicht, das ist das Nächste, was ich will und ich kann aber nicht, ich bin nicht ausgebildet, ich darf das nicht. Und im Theater ist es auch schwieriger im Kontext, da wird schon noch mehr geguckt, ob man ausgebildet ist und die gucken an den Schulen und da ist die Laufbahn so ein bisschen vorgeschriebener, aber ich fand dann extrem glücklich, dass ich vorgesprochen bin und mich dann vorbereitet habe und dann im Theater eben auch wirklich nochmal so mein Handwerk gelernt habe, so nochmal wie eine kleine Schauspielschule für mich im Privaten gehabt habe, auch mit den Leuten. Das, was ich an Schauspielschule ja so cool finde oder auch so vermisse, ist, dass man so eine Studienzeit hat und dass man einfach mit Leuten das Gleiche macht und so abhängt und auch auf Partys geht und irgendwie sitzen alle zusammen in einem Boot, das vermisse ich auch an meiner Schulzeit so, dass alle für die gleichen Scheißklausuren lernen müssen und für die gleichen Vorträge und dann, oh nee, schon wieder Montag, oh nein, wieder Dienstag mal dabei, Herr Bertsch oder kein Bock, so, das finde ich irgendwie gemütlich. In meiner Vorstellung ist es romantisch und gemütlich, dass wir alle in den gleichen Schulfluren unterwegs waren und in der gleichen Mensa Essen gekauft haben. Ja, man hat natürlich so eine Verbindung dann und man fühlt sich zugehörig zu einer Gruppe, kann ich nachvollziehen. Denkst du, Frauen haben es schwerer in der Filmbranche als Männer? Ja, außer Stichwort MeToo und Sexismus. Ja, 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 es ist eine harte Branche. Es ist wirklich, glaube ich, eine harte Branche für Männer wie für Frauen, aber es ist extrem interessant, weil wir vor ein paar Tagen gesprochen haben und dann über Regisseure vor allem und das ist ja zum Glück, so, man sich nicht mehr mit so toxischen Leuten umgeben möchte und dass das einfach nicht mehr cool ist. Und man sich vorher auch austauscht, wie ist denn der? Und was hat er denn für einen Ruf? Oder sie auch, ne? Und das nimmt total zu, dass man sich da gegenseitig unterstützt und nachfragt und Erfahrungen austauscht. Und dann hatten wir aber das Gespräch und es war ganz interessant, weil wir über junge Regisseure gesprochen haben, ob es welche gibt, die so als schwierig gelten und dann über junge Regisseure nennen und dass es das nicht gibt. Dass man als junge Frau eben sich nicht seine Karriere startet mit dem Ruf, man sei schwierig. Das ist, es gibt es einfach. Also mir fällt jetzt auf die Schnelle niemand in Deutschland zumindest ein, die als kompliziert oder schwierig gilt. Vielleicht irgendwann, wenn man ganz etabliert ist und älter ist. Aber das ist ja, oder? Das finde ich auch so, beschreibt es ganz gut, dass man sich schon viel anpasst oder als Frau das, ja, viel über eine Angepasstheit lösen muss. Oder vielleicht auch denkt, dass je unkomplizierter man ist, desto einfacher wird es einem gemacht. Und ich glaube, dass das schon so ist, dass Männer das nicht so haben. Ja, die Schauspielbranche ist ja auch für die Exzesse bekannt. Wie findest du da deine Balance jetzt abseits von, dass du eine Woche so eine Wanderung machen kannst? Ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, aus welchem Umfeld man kommt. Und ich habe so meinen sicheren Hafen und meine Freunde und meine Familie auch. Und da spielt das so keine Rolle. Es ist so gut. Manchmal denke ich mir auch, ihr könntet euch schon mal auch ein bisschen mehr dafür interessieren, was ich mache. Meine Freundin. Also, Cleo, was ist das? So ein bisschen manchmal auch. Nein, ich übertreibe jetzt natürlich auch. Zu Hause bist du halt Jella. Ich bin Jella. Ich bin Jella. Doch, also meine Mama ist schon extrem stolz und sie ist auch extrem dankbar, dass sie das so miterleben darf. Aber ich bin irgendwie Jella. Und ja, die anderen Figuren in meiner Familie sind einfach auch schon so charakteristisch und speziell, dass die ganz sind, ja, da kann es gar nicht nur um mich gehen. Weil es auch viel um die geht. Und ich liebe meine Schwester. Und meine Schwester ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Kamilla. Sehr gut. Ja, und das ist extrem wichtig. Ich brauche so sehr mein Umfeld. Und deshalb habe ich so großes Glück und bin, glaube ich, ganz unbeschadet, konnte ich durch diese Branche durchgehen. Ich glaube auch, ich habe die richtigen Antennen, dass ich mich schon immer nicht mit, also, dass ich, ich bin nicht so empfänglich für so schlechte Menschen. Die kommen bei mir, glaube ich, gar nicht so richtig durch. Habe ich das Gefühl. Oder ich habe einfach extrem viel Glück, dass ich so wirklich tolle, tollen Menschen begegnet bin. Und Leonie hat gestern, ach, ich muss schon wieder bei Leonie Krippen noch mal. Ich will so entschuldigen. Ich habe gestern so etwas Schönes gesagt, über was man so einem Kind mitgibt und einem Kind einfach zu vermitteln, dass es eine Freude ist, am Leben zu sein und ein Glück. Und wenn so der Kompass ist und ich glaube, so funktioniert auch mein Kompass, dass ich in allem erstmal was sehr Gutes sehen kann und will und kreativ sein und in Projekten und ja, ich glaube, das ist eine Einstellung und die kommt natürlich aber durch, durch meine unfassbar tolle Familie. Du hast 2013 im Tatort eine minderjährige Sexarbeiterin gespielt und hast dafür dann auch den Günter Strack Fernsehpreis bekommen. Und 2014 hatten wir ja gerade schon gesagt, hattest du den kommerziellen Durchbruch. Wie haben deine Rollen diese Gemeinsamkeiten, also wie suchst du die Rollen aus? Du meintest schon, du liest es durch und du merkst dann ziemlich schnell, ob das passt oder nicht. Aber ja, was ist für dich so das intuitive Bauchgefühl? Woher kommt das zu den Rollen? Ich glaube, ich frage mich einfach, ob mich das interessiert zu spielen und ob es mich reizt und ob ich darin etwas Neues sehe, etwas, das ich noch nie gemacht habe vielleicht auch. Ich will mich nicht wiederholen. Ich möchte gerne neue Sachen ausprobieren und ich glaube, was die Rollen gemeinsam haben, das habe ich jetzt gerade, weil Chantal und Cleo sich so abgelöst haben. Also Anfang des Jahres kam Chantal Märchenland raus und jetzt kommt gerade die Cleo zweite Stapel raus und die Figuren haben extrem gemeinsam, dass sie so sich nicht verhalten und ganz frei von Erwartungen sind. Und das finde ich für mich voll befreiend und davon kann ich mir voll viel abnehmen, dass ich so denke, wie gut, sich so als Frau so zu verhalten, wie man es nicht erwarten würde. Wie angenehm. Und das finde ich irgendwie auch cool, dass ich das so in meinen Figuren machen kann. Als Jella habe ich das viel, viel mehr. Ich bin viel oft, wirklich oft so, dass ich alle glücklich machen will und zufrieden machen möchte und eher so einen Konflikt aus dem Weg gehe. Und wenn das in den Figuren einfach nicht so ist, finde ich das toll. Es ist aber auch immer die Geschichte und das ist ganz wichtig. Also ich gucke auch extrem auf die anderen Figuren und auf die Geschichte. Interessiert die mich? Was wird da verhandelt? Was wird da erzählt? Wurde das schon erzählt? Wie wird das erzählt? Und es sind so tolle Geschichten. Ich glaube, das ist wirklich die Magie des Geschichtenerzählens. Und das ist auch ein sehr kindlicher Zugang, ein sehr fantasievoller Zugang. Ich glaube, ich kann da oft für meine Kolleginnen sprechen, dass wir das einfach lieben, Geschichten zu erzählen. Die zweite Staffel Cleo ist jetzt rausgekommen, in der du eine Stasi-Killerin spielst. Was magst du besonders an der Rolle? Ich mag an Cleo extrem gerne, dass sie so stoisch ist, dass sie so, ja so, keine Ahnung, so, wie sagt man, sperrig ist, so störrisch. Also so, sie redet auch nicht so viel, sondern löst ziemlich, also sie ist extrem direkt. Und was ich mittlerweile extrem an ihr mag, wo ich aber davor total gehadert habe, ist, dass sie so wütend ist. Und ich hatte das als Jella ganz lange nicht, diese Wut. Und ich war so, warum ist sie so wütend? Wieso? Ich habe das nicht verstanden und musste mir das extrem körperlich auch erarbeiten. Und jetzt verstehe ich die Wut viel, viel besser auch, auch nur Wut, dass die Welt so ist, wie sie ist und dass wir als Frauen so viel unterdrückt worden sind und immer noch werden. Und das kann man eben auch total auf Cleo erzählen, dieses Unrechtssystem, auch ein patriarchisches System, was sich da an ihr, oder an dem sie sich dann abarbeitet. Und Cleo ist auch extrem witzig. Also ich liebe es, mir zusammen mit meiner Sprecherzieherin, Daniela Witschers Hardtop, diese Figur auch so zu erarbeiten und so zu überlegen, was hat die jetzt wieder? Was für ein Geräusch oder was ist Cleo-esk? Und was würde sie sagen? Wie würde sie denken? Das ist einfach Fantasie vor. Das macht extrem Spaß. Und auch mit Dimitri Schardt, meinem ganz tollen Kollegen. Es ist so ein unfassbar schönes Zusammenspiel. Und man kann sich die Bälle so zuwerfen und man weiß auch so, man hat die Figur jetzt schon so in sich und weiß intuitiv, was die machen würde und was nicht. Das ist cool. Kannst du dann auch was für dein privates Leben da mitnehmen? Weil wenn du sagst, dir fällt es eigentlich als Jella schwer, Wut zu empfinden, wenn du es dann übst als Cleo, kannst du dann auch im Privaten besser Wut empfinden? Ja, das ist voll die gute Frage. Ich glaube schon, dass ich extrem viel Wut in mir habe, aber wie ich die dann zulasse, das ist die Frage. Und wie ich sie dann kanalisieren kann. Oder auch, dass ich merke, manchmal werde ich so wütend, wenn ich so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, wo ich extrem wütend werde, wenn mit meiner Zeit einfach verfahren wird und so ein bisschen so, ich möchte extrem selber entscheiden, wann ich was mache. Und ich glaube, es hat mir schon geholfen, dass man auch starke Gefühle zulässt. Kann schon gut sein. Wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet? Hast du davor so richtig dich da so reingesteigert? Ja, also reingesteigert. Ja, so in diese Art von Rolle. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, voll, 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 voll. Aber das gibt es ja auch so als Bild, dass man so denkt, die Method Actors, die so krass sind. Und dann nur noch in der Rolle. Das muss ich leider ein bisschen widerlegen oder aber nur so für mich. Ich muss extrem lange suchen. Also gerade bei der ersten Staffel, die haben wir 2021 gedreht, war Cleo eine Figur, die ich über den Körper gefunden habe, über viel Sport. Ich hatte eine ganz tolle Trainerin, Nada Ivanovic, die mich fit gemacht hat. Und dann hatte ich auch Boxen. Und dann habe ich noch mit einer anderen Trainerin, mit Anna Gaul, die MMA-Weltmeisterin in ihrer Gewichtsklasse ist und nebenher Ärztin. Total cool. Also ja, Stunts gelernt und Boxtechniken gelernt und so. Also da habe ich mich vorbereitet. Und dann aber vor allem mit meiner Sprecherzieherin intensiv über die Sprache nachgedacht. Wie spricht Cleo? Und was sind so Eigenarten? Und was ist auch ostig? Also, weil ich komme ja aus dem Westen. Und das war mir ganz wichtig zu überlegen, was würde sie sagen und was nicht? Und was ist das Selbstverständnis dieser Figur? Ja. Und dann war die erste Staffel extrem viel ausprobieren mit den Autoren, die unfassbar toll sind. Auch Bob, Richard, Hanno, Elena Senft, die uns so viel Freiheit gelassen haben, aber auch so Spaß daran hatten, das mit uns zu entwickeln und mit Vivian Andereggen, die immer gesagt hat, also ich habe ganz lange mich gewehrt, in eine Vorbereitung zu gehen, weil ich vielleicht auch Angst hatte oder keine Lust. Ich weiß es nicht, alles Mögliche. Und dann hat sie irgendwann gesagt, jetzt reicht's. Jetzt musst du anfangen. Und dann habe ich so, okay. Und dann habe ich mich so reingestürzt oder reingesteigert. Es ist schon auch so, dass ich dann in der Rolle träume, aber ich bin nicht die ganze Zeit Cleo. Aber ich habe mich dann reingesteigert in dem Sinn, dass ich wirklich ein halbes Jahr im Tunnel war und nichts anderes gemacht habe, außer diese Serie zu drehen und mich so konzentrieren musste. Man musste einfach noch arbeiten, man hat gesucht. Am Anfang war es nicht klar, wie sieht die Serie oder mir war es nicht klar, wie wird die wirken? Wie kommt die an? Was machen wir da eigentlich? Und da war einfach sehr viel Konzentration nötig. Aber ich habe es geliebt. Es war sehr intensiv und einer der schönsten Zeiten auch. Wir haben auf Mallorca gedreht. Wir waren so ein Team und eine Familie und das war so, so schön. Ich habe ganz, ganz viel gelernt durch die Arbeit an Cleo, auch wie man szenenziert und guckt und viel gearbeitet. Und Janu Ben Chabane ist auch ein ganz toller Regisseur. Vivian Andergen und Janu haben die erste Staffel gemacht und die zweite haben Isabel Braak und Nina Vukovic gemacht. Also da kommt auch jeder, bringt dann noch so eigene Ideen mit rein. Und unfassbar tolles Szenenbild Isabel von Forster. Ganz tolle Kostüme. Ramona Klinikowski. Maskenbild hat in der ersten Staffel Ruth Wagner gemacht. Jarrett van der Aden, glaube ich. Mega. Krass, dass du dir all diese Namen jetzt auch merken kannst. Also natürlich hast du mit denen sehr viel Zeit verbracht, aber ich glaube, ich würde so denken, wie heißt meine Mutter nochmal? Also du hast auch ein Brain auf jeden Fall. Ey, aber Stefanie, wirklich, ich habe das Gefühl, es geht mir verloren. Das kommt jetzt vielleicht nicht so rüber, aber ich habe extreme Schwierigkeit, mich zu konzentrieren und wenn ich einen Text lese, den Inhalt wiederzugeben. Das fällt mir extrem schwer und vielleicht muss ich das auch einfach besser üben. Aber, und ich glaube, daran ist auch mit das Handy schuld, dass meine Konzentrationsspanne so kurz geworden ist, weil ich immer nur diese kurzen, ich verlerne ja richtig irgendwie, ja, Inhalte zu konsumieren, die lang sind, die komplex sind und die dann so wiederzugeben. Und es fällt mir wirklich richtig, richtig schwer und ich kann über mich vielleicht viel erzählen und gut erzählen, aber ich möchte ja auch gerne über andere Sachen viel und gut erzählen und das finde ich schon dann schwieriger. Verwechseln dich eigentlich Leute oft mit den Rollen, die du spielst, dann im echten Leben? Ja, also bei Chantal war das, glaube ich, schon wirklich so. Nervig. Aha. Und das dann so war, oh, guck mal, da ist die Chantal. So, das hat mich auch genervt, weil ich so war, nee. Nee. Halt nicht, einfach nein, aber jetzt mittlerweile kann ich das so voll, voll gut annehmen und mich darüber freuen. Ich bin auch, glaube ich, in die Rolle der Chantal so reingewachsen, weil die jetzt auch so einen roten Teppich ausgerollt bekommen hat und ihren eigenen Film, der so witzig und schön und klug geworden ist auch. Also der jungen Mädchen auch so eine schöne Message an die Hand gibt und ich mich darüber so freuen kann, wie die Leute reagieren und dass sie reagieren und die sind meistens echt, echt positiv. Und irgendwie auch aufgeregt, aber auch, und das ist, glaube ich, auch wichtig, respektvoll. Und ich freue mich auch total, wenn letztens war ich in einem Café am Kudamm und dann war so eine Frau und hat gesagt, ah, you are Cleo. Can I call my father? He is in Chile and he loves Cleo. Und dann haben wir so ihn angefacetimt. Das war total süß. Das war so crazy. Das hat mich voll gefreut. Sowas freut dich dann? Ja, das hat mich gefreut, na klar. Und wenn die Leute nett und höflich sind, dann freut mich das eigentlich meistens, weil dann freuen sie sich, also dann kann man eine einfache Freude machen. Aber es ist natürlich schon auch anstrengend manchmal, wenn man merkt, man wird so beobachtet und man hat vielleicht auch einen schlechten Tag. Aber im Grunde, meistens sind die Leute einfach sehr nett. Das ist doch dann schön. Denkst du, du könntest jemals eine Spießerin werden? Bist du manchmal vielleicht sogar eine Spießerin? Ja, das ist ja mein Last Dream Standing, habe ich letztens irgendwo gelesen, fand ich so schön die Bezeichnung. Ich will ja eine Spießerin sein. Du willst eine Spießerin sein? Nein, also keine doofe Spießerin. Aber ich finde so manche Aspekte des spießigen Lebens, da habe ich eine Sehnsucht nach. Zum Beispiel? Ich glaube, so morgens gesund aufwachen, die Wäsche ist aufgehangen, es duftet nach frischer Wäsche. Es ist so sieben Uhr, ich wache auf, ich bin fit, ich bin nicht müde, ich trinke meinen Kaffee, ich habe super viel Zeit. Es ist auch, spießig ist vielleicht das falsche Wort, es ist vielleicht organisiert, aber ich habe eine totale, ich bin halt so chaotisch in meinem Leben und irgendwann ist alles hektisch. Und das löst halt einfach einen Stress in mir aus. Und ich glaube, spießig ist sowas, man ist so ein bisschen angekommen und so aufgeräumt, innerlich aufgeräumt sein, verbinde ich so ein bisschen auch mit spießig sein und ich wäre gerne innerlich aufgeräumt und würde so gerne ganz gewissenhaft und ruhig auf deine Fragen antworten und die Sachen so wirken lassen. Und wie so jemand wirken, die so einfach aufgeräumt ist. I like, kann ich nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, ich gehe gerade in eine ganz andere Richtung, so weg von der Spießerin. So, oh ja, und jetzt lasse ich die Augenbrauen gebleasht und jetzt kommt noch ein Tattoo und noch ein Tattoo. Die finde ich übrigens super cool. Dankeschön, danke. Weil ich so denke, das ist mein Körper und erst jetzt, Ende 20, fange ich an, mich selbst für mich zu beanspruchen und so zu denken, nee, ich gehöre dir nicht. Und wenn jemand von mir erwartet, dass ich noch abnehme, dann nehme ich noch zu. So, weißt du, so gerade so eine Draufhaltung. Das hatte ich als Teenager. Okay, also bin ich jetzt in der Teenager. Also gut, Berlin hat mich jetzt endlich, ja, ich bin angekommen. Aber, ja, aber meinst du, das war davor spießig? Ja, also ich hatte sehr so dieses gute Mädchen-Image, was mir geholfen hat, die Zeit zu überstehen und was, ich habe mich damit, glaube ich, selbst geschützt und jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Und jetzt bin ich so Rebellin trotz Haltung. Ja, ich kann das aber total verstehen, dass man so ein Image hat, was einen so selbst schützt und auf das man so keinen Bock mehr hat. Das kann ich verstehen. Okay, eine letzte Frage. Sollte man immer exzessiv leben oder denkst du, irgendwann muss das aufhören? Es ist ja die Frage, wie man Exzess auslegt. Ja. So, das finde ich erstmal so ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, man braucht einfach beides. Ich glaube schon, dass man alles mitnehmen sollte, gerade wenn man jung ist. Weil es ist doch auch total krass, dass wir sind jung und dann wird einem Exzess so zugesprochen und man darf. Und dann kommt man in ein gewisses Alter und das gehört sich dann nicht mehr so. Stimmt. Und das finde ich total spannend und das ist ja auch eine Reglementierung von der Gesellschaft. Und da denke ich mir sofort so, nee, dann auch gerade erst wieder, dann dürfen auch Erwachsene richtig Party machen oder keine Ahnung. Und da, weil ich Exzess eher in so einen positiven Kontext setze und sage, für mich ist Exzess auch etwas Kreatives. Auf der anderen Seite dann ja auch schon wieder, wenn ich aber zu exzessiv arbeite, ist es auch nicht gut, ist die Waagschale, glaube ich, das Wichtige, wie so oft. Aber ich glaube, ja, nee, ich glaube, man muss irgendwie ein gesundes Maß finden. Und wenn, naja, Steffi, ich kann die Frage nicht so richtig gut beantworten. Das ist schwierig. Ich verstehe es. Ich glaube, bei mir sind es auch so Phasen, Phasen, wo ich exzessiv etwas mache und dann merke, ich brauche jetzt eine Pause davon. Sei es das Feiern, sei es das Sport machen. Aber ich bin auch einfach diese eine Persönlichkeit, die eher dazu tendiert, diese Extreme auszuleben. Und vielleicht finde ich irgendwann mal eine Balance, wo es nicht mehr diese krassen Exzesse gibt. Ich glaube, langfristig gesehen ist es eben nicht gerade nachhaltig und gesund. Ja, und auf der anderen Seite, wenn ich mir denke, dass man die so ausklammern muss, finde ich das auch nicht richtig. Ja, stimmt. Ich glaube, es muss immer, ich glaube, was wichtig ist, dass es selbstbestimmt ist und dass man vielleicht auch die Kontrolle darüber hat. Das ist natürlich schwierig, weil das Kontrolle und Exzess sich eigentlich ausschließt. Aber ich glaube schon, dass man das lernen kann, beides irgendwie zu integrieren, dass man sich vielleicht, ja, nichts verbietet, was einen glücklich macht. Auf der anderen Seite könnte es dann natürlich auch kaputt machen, ach, es ist schwierig. Es ist schwierig, es sind sehr viele Ambivalenzen. Ja, und das ist es, glaube ich, ich glaube, darum geht es, dass man Ambivalenzen lernt auszuhalten, weil das ist einfach auch das Leben. Und ich glaube, das macht einen entspannter im Leben. Kann ich nachvollziehen. Eine letzte Rubrik, und zwar die G-Tipps. Unsere G-Tipps. Wie schaffe ich es, in Balance zu sein oder Balance zu halten? Was würdest du sagen? Ja, superschwierige Lebensfrage, finde ich. Ich glaube, die muss man sich immer wieder von Neuem stellen und dass man sie sich überhaupt stellt, ist, glaube ich, erst mal wichtig. Ja. Weil das auch Mut erfordert, weil das ja impliziert, wie geht es mir gerade und bin ich gerade glücklich? Was brauche ich gerade für eine Balance? Und ich glaube, dass die Balance immer anders sein kann. Mir hilft es extrem, wenn ich Sport mache. Mir hilft es aber auch einfach, wenn ich mir morgens Zeit für mich selber nehme und kurz mal atme und kurz mal auf die Yogamatte gehe und in Ruhe einen Kaffee trinke. Und dass ich mir Zeit für mich selber nehme. Dann bin ich, glaube ich, mehr in Balance. Und auch Kopf freikriegen. Ja, Kopf freikriegen. Kopf manchmal ausschalten, tatsächlich. Das kann ich eigentlich genauso unterschreiben. Bei mir ist es auch zu hinterfragen, wieso ich gerade etwas mache. Also, wieso mache ich gerade Sport? Was ist die Motivation dahinter? Wieso gehe ich jetzt aus? Wieso treffe ich mich jetzt zum zigsten Mal diese Woche mit irgendwelchen Menschen? Was suche ich gerade? Und dieses kurze Reflektieren, was ich auch voll gerne mache, indem ich schreibe oder journal, in Anführungszeichen. Da merke ich so, okay, was ist gerade der Kern der ganzen Sache und kann damit eine bessere Balance auch finden? Voll. Und ich finde, man merkt so oft, dass man eigentlich Sachen für andere Leute macht und nicht für sich selber. Das ist echt auch bei mir Thema, dass ich so ein schlechter Gewissenkomplex habe. Sondern, dass ich immer denke, ich muss irgendwie erfüllen. Und manchmal auch, ich treffe mich jetzt gar nicht unbedingt mit der Person, weil ich will, sondern irgendwie, weil ich denke, dass ich muss. Weil man sich ja so lange jetzt nicht gesehen hat. Das ist irgendwie schwierig. Und das ist aber auch schwierig zu kommunizieren. Das ist schwierig, das zu erkennen. Und dann auch, wie verhalte ich mich in so einer Situation? Und ich glaube, wenn man dann aber Freunde hat, die das verstehen und wenn man sagt, ey, eigentlich, ich schaffe es gerade nicht. Und wenn einem Leute dann keinen Vorwurf machen, dann ist es richtig. Und sobald Leute da anfangen, so Ansprüche aneinzustellen oder so zickig zu reagieren, da wäre ich vorsichtig. Das möchte ich eigentlich in meinem Leben nicht so haben. Voll. Oder sagen, sie seien enttäuscht, weil man ihnen gerade nicht genug Zeit schenken kann. Ich kann das total nachvollziehen. Aber man ist ja auch selber daran beteiligt, weil wie viel Raum gebe ich dem? Und was lasse ich auch alles zu? Und manchmal ist ja auch Leuten damit geholfen, dass man sagt, hier sehe ich bei dir ein Muster und schau mal, vielleicht meinst du es ja auch gar nicht so. Genau. Das ist, ja, da wächst man rein. Wenn man sowas aber auch mit Freunden gut besprechen kann, das ist wichtig. Und das ist ein Beweis, dass wirklich FreundInnen sind. Cool, danke Jella. Danke, dass du da warst. Danke, dass du so offen über alles gesprochen hast. Ich habe das Gefühl, ich habe auch sowas Kleines in mir entfacht, wo ich merke, ich kann jetzt besser über auch Exzess und Leben und das Wahrnehmen von Leben und mir selbst, ja, konnte ich gerade irgendwie mitnehmen. Also vielen, vielen Dank. Und auch die Worte, die du findest, sind richtig toll, sehr inspirierend. Und auch danke an euch fürs Zuhören. Uns gibt es natürlich überall auf Social Media, Instagram, YouTube und so weiter. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von der Folge haltet und ob ihr noch weitere Wünsche habt für die nächsten Folgen, ja, in Bezug auf GästInnen, Themen und so weiter. Und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt, jeden Mittwoch. Bis nächste Woche. Bye, bye. Tschüss. Welcome to my G-Spot. G-Spot ist ein Studio Women's Original. Executive Producer Konstantin Seilenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider, Stefanie Giesinger. Das bin ich. Musik Jonas Hafke. Kamera und Ton Konstantin Lange. Video, Paul Ott, CGI, Christine Papst, Set Design, Nina Oswald und Lilian Zeeben. Social Media, Jessica Linder und Hanna Ackermann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diese Folge wurde euch präsentiert von Levi's. Musik 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 Musik